Soran Barisic sprach vor dem Spiel wieder einmal von einer Standortbestimmung, so wie vor dem Frühjahrsauftakt in der Bundesliga gegen Sturm Graz, und sprach auch davon, dass Salzburg eine europäische Spitzenmannschaft ist, die in Wien-Hütteldorf zu Gast ist. Und nach dem 1-0 dachte ich mir, ach ja, Salzburg zeigt rapid klar die Grenzen auf, aber dann, siehe da, Ausgleich von Zimmermann kurz vor Ende der ersten Halbzeit, nach einer ersten Halbzeit, in der die beiden Mannschaften wirklich auf Augenhöhe agiert haben, auch in der zweiten Halbzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel, wo Güte Burgstahler tatsächlich eigentlich die erste Top-Chance hatte, die Philipp Kühn unglaublich gezahlt hat und auch den Nachschuss gut pariert und dann so gefühlt, aber tatsächlich eigentlich zwei Minuten später, im Gegenzug eine unglückliche Ablenkung eines Passes von Kjergat, von Michael Solbauer und dann fällt Benjamin Szesko der Ball vor die Füße und er verwertet sicher ins linke, in der Kreuzeck war es nicht, aber ins linke Eck, oder war es Kreuzeck? Und dann eine Geschichte bekannt, Benjamin Szesko mit dem Hat-Trick, mit einem reinen Hat-Trick, da muss man ja drei Tore hinterher in einer Halbzeit schießen. Hat mir gut gefallen, wie Peter Stöger das genannt hat, wenn großer Raum auf Qualität trifft. Schön, ja, wundervoll. Ja, und dann noch das 4 zu 2 durch Burgstahler und ja, aber im Großen und Ganzen, also wenn ich jetzt ganz kurz vergleiche, die Rapid-Mannschaft, natürlich ist ein Heimat- und Auswärtsspiel unterschiedlich, aber die Rapid-Mannschaft, die eine Standortbestimmung wollte in Graz, mit der Rapid-Mannschaft, die jetzt einiger Sieger später, muss man ja auch tatsächlich sagen, gegen den Liga-Größeres antritt zu Hause vor ausverkauften Haus, oder zumindest die Rapid-Plätze, die potenziellen waren alle gefüllt, dann muss ich sagen, dass sich Rapid wirklich gut weiterentwickelt hat, weil im Vergleich zu Graz, wo sie im Prinzip eigentlich keine richtige Torchance hatten, haben sie da wirklich gut mitgehalten und du musst Salzburg, gerade mit Pavlovich und Solé in der Innenverteidigung erstmal gefährden können. Vollkommen richtig, wobei Pavlovich beim ersten Gegentor sich doch den einen oder anderen Meter in die Box gespart hat und wäre vermeidbar gewesen. Nichtsdestotrotz, Rapid hat es gut gemacht, im Endeffekt, sie waren knapp dran oder sie waren eine weite Strecke lange gut dabei, Salzburg-Parole zu bieten, nur im Endeffekt, es ist das passiert, was immer passiert und das ist auch ein Unterschied, wenn ich einen Keuter, einen Schesko, einen Kiergart von der Bank bringen kann, dann sieht man einfach den Unterschied am Feld und dementsprechend geht der Sieg auch vollkommen in Ordnung. Und wenn man sagt, ja, aber die große Chance von Rapid, ja, das war eine große Chance, die Rapid gehabt hat in der zweiten Halbzeit, aber es ist halt auch die Qualität von Salzburg, dass sie eben auch auf der Torhüter-Position wen haben, der vielleicht der beste Salzburger Tormann seit Peter Kulaschi ist oder vielleicht sogar länger. Danke, dass du das sagst, ich habe mir das Gleiche gedacht, weil natürlich Pfeffer fällt man gerne als Rapid-Affisionado in die Erzählung oder auch als Verantwortlicher. Barisic hat das eh ganz realistisch eingeschätzt, man braucht ein bisschen Glück gegen so einen Gegner, so kann man das natürlich sehen, aber wie du immer schon sagst, es gibt kein Glück oder Pech, sondern es gibt einfach nur die Qualität von Philipp Köhn, dass der den halt rauszahlt, unglaublich. Und dann gibt es die Qualität von Schesko, der halt nicht nur diesen Ball, der einem vor die Füße fliegt, problemlos und im Tor unterbringt, sondern auch in der ersten Umschaltsituation, die Kloch auch wundervoll im richtigen Timing auf ihn spielt, mit zwei Ballkontakten halt völlig problemlos die Entscheidung herbeiführt. Und das ist dann einfach eben, ja, das ist die Qualität. Und da braucht man dann nicht groß herumreden. Trotzdem geht es bei Rapid-Bergauf. Was mich nur ärgert oder was ich nicht ganz verstehe, wir haben schon diesen Tenor, jetzt Woche für Woche, den man wahrnimmt in Medien oder auch so unter den Leuten, ja, Salzburg ist auch nicht mehr so gut, Salzburg ist nicht mehr so stabil, Salzburg dies, Salzburg das ist, nur um festzuhalten. Wir reden ja auch davon, dass Salzburg die jüngste Elf hat, der Red Bull-Geschichte. Dass Salzburg die Champions-League-Gruppenphase als Dritter beendet hat. Dass Salzburg in der Meisterschaft, muss ich nachschauen, neun Punkte vor dem überragenden Spiel und den Eskersturm steht, wo jeder sagt, die spielen so gut und die können Salzburg gefährden. Neun Punkte Vorsprung. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, die werden keine Partie verlieren, dann war es gleich am ersten Spieltag soweit. Das war auch die einzige Niederlage bis dato in der Liga. Also die sind schon extrem dominant und werden 20 Spiele nur 12 Gegentore bekommt. Wer von der Bank Spieler nachschießen kann, da ist es egal, wer kommt und wer einspringt. Das ist schon extrem beeindruckend. Und das, obwohl Salzburg heuer vielleicht keinen 25-Tore-Stürmer hat. Das ist ein bisschen die Hoffnung der Kommentatoren oder der Beobachter natürlich im Hinterkopf. Die Hoffnung, dass Salzburg wirklich mal gefährdet werden könnte, kommt mir halt vor. Natürlich, was man sagen kann, Salzburg hat diesmal relativ viele gelben Karten gebraucht zum Beispiel und sicher, sie haben ihre Grenzen gehen können. Aber im Prinzip, wir reden schon dann positiv darüber, dass Salzburg an die Grenzen gehen muss in so einem Spiel und die gewinnen trotzdem 4 zu 2. Ich wollte gerade sagen, es heißt immer, ja, aber Salzburg ist nicht mehr so dominant, kann nicht mehr den Sack so früh zumachen. Okay, Salzburg, und der Marco Rose war vielleicht oder gerade am Ende hin das Nonplusultra. Rein spielerisch, da hat man einfach nicht eine Sekunde das Gefühl gehabt, dass sie die Partie hergeben könnten. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt eine noch jüngere Mannschaft, haben jetzt eine Mannschaft, die genauso stabil ist. Die spielen gegen gut spielendes Rapid und gewinnen im Endeffekt trotzdem souverän. Und dann ist es schon noch Qualität, dass ich einen Spieler einwechseln kann, der erst 19 Jahre alt, 20 Jahre alt ist, der einfach mal drei Tore in sieben Minuten macht. Das ist dann auch Qualität, die man hat. Und ja, die nächsten Spieler stehen ja schon in die Startlöcher, dass sie wieder hochgezogen werden. Vielleicht wären wir kurz bei Benjamin Szeckow. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, unter anderem, um ein Quiz vorzubereiten, aber ich habe noch ein paar andere Informationen. bei mir in die Startlöcher und dann aber auch was Also,